Hi! Wir sehen ja gerade das neue Kellner-Video am Film und da hatte ich eine spontane Idee. Auf der E3 war so ein... So eine mega peinliche Ansage von Peggle 2. Ich blende jemandem ein. Und auf jeden Fall mach ich die jetzt mal nach, weil ich die so abfeiere und ich finde, die wird nicht genug gewürdigt. Los geht's! Ich hab mir gerade ein bisschen die Hose zerrissen. Juhu! 2 Cent! Hallo? Könnten wir vielleicht Nummern austauschen und uns mal für ein Date treffen? Ich finde es nämlich echt heiß! Danke schön! Hey, das ist mein Freund, der mit dem großen Penis. Er hat den größten Penis von allen. Danke schön! Danke schön! Danke schön! Danke schön! Danke schön! Danke schön! Danke schön!